ja moin und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge mario party ganz neues projekt auf unserem kanal ich bin ja aber ich bin ja ein bekannter michael spielexperte ja wir waren natürlich vor wir sind natürlich übel kacke aber ist uns egal wir wollen das jetzt spiel werden da bock drauf und haben gedacht wir spielen das jetzt mal ich sie überhaupt nicht springt ja mal damit steuerung ja wenn es darauf geliefert lauf 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 gott sei dank muss ich hier springen jump run da bist du da reingelaufen das war natürlich sehr ärgerlich nein 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 ja 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 ok meint meinst gelaufen ja bei mir bei mir sieht gar nicht schlecht aus also jetzt habe ich jetzt aber ich hab es jetzt wahrscheinlich gejinkst aber bei mir sieht es gar nicht schlecht aus lauf ja das kommt glaube ich auf die sprünge an wenn man die Nein, ich habe einen Sprung verkackt. Wenn ich eins nicht kann, ist das halt Sprünge bei Minecraft. Alter, die Sprünge sind ja total Rotze hier. Scheiße, jetzt habe ich es verkackt hier. Mann, das lief gerade so gut. Zack. Nehmen wir hier unten die Abkürzung. Nein, ich habe sie verkackt. Meine Maus-Sensitivität ist einfach zu hoch. Fünfter. Hey, warum bin ich so weit zurückgefallen, als ich mich wieder achte? Da war gerade ein Anzeigefehler. Scheiße. Leute, erstes Rennen, fuck. Zehnter. Ja, fünfter ist fünfter. Glaubst du, sagen wir nicht mal deinen Top-30? Das ist eh scheißegal, was du für eine Platzierung machst. Ja, klar. Weil nur die ersten drei diese Würfel, glaube ich, bekommen. Ne zwei. Ne zwei, habe ich auch. Oh Gott, ey. Das läuft natürlich super hier. Meine Platzierung. Ah, drei von 49, also 1 A, ne? Ich bin im Moment, äh, weißt du noch nicht? Achso, ich bin übrigens, by the way, eure Lieblingsprinzessin. Eine total nette Beach. Ich bin siebter im Moment. Alter, Pferderennen. Düm, 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 düm. Pferderennen? What the fuck? Ach, du schlag. Das ist wie Mario Kart. Ich würde auf F5 gehen, ansonsten siehst du hier nichts. Äh, keine Ahnung, ich drück einfach die Sprint-Taste. Los! Fahr. Gibt es ja eigentlich Items? Deine Ahnung, ich sehe nichts. Ich sehe, ja, hast du F5 nicht gedrückt? Ja, doch, habe ich. Oh oh. Oh oh. Nein, ich bin im Immobilien gelaufen. Da hätte man innen dran vorbei können. Oh, da kann man nicht den dran vorbei, da wird man geslaut. Das sieht man, das gleich. Okay, ja, schön, dass du dich im Namen der Wissenschaft opferst. Ja, was ist das für ein Bullshit? Jetzt sind wir hier in so einem Aquatunnel. Was? Was passiert hier? Hier ist eine Abkürzung, kurz vorm Ende ist eine Abkürzung. Ja, die habe ich genommen. Zwei Runden. Zwei Runden, ach du, ach. Ich war gerade Zweiter, deswegen. habe ich mich geärgert. Scheiße. Ja, manchmal. Das war schon so ein bisschen, ne? Ja. Ein kleines bisschen. Alter, das ist noch eine Abkürzung. Scheiße, dieser SM-Tix hat alle Abkürzungen drauf, die man drauf haben muss. Fahr! Reite! Reite? Reite in den Sonnenschein. Komm schon. Aber der hat ja auch den Leading-Rekord, der Typ, ne? Das muss man ja auch mal so sehen, ne? Ich werde Zweiter! Ja! Und ich bin ein Fünfter. Hey, warum bin ich jetzt Sechster? Ist doch vollkommen egal, ob es ein Fünfter oder Sechster wird. Nein, ich wollte Fünfter sein. Fürs Ego. So, dann würde ich... Oh, noch ne 1. Oh, ne 1 habe ich auch gewürfelt, Gott sei Dank. Und ne 3. Scheiße. Ja, du hast ja immerhin zweimal würfeln. Ja. Oh, Bowser fällt, nein, bitte. Zwei Felder nach vorne. Sechs habe ich also insgesamt gewürfelt. Ja, aber das erkannt nach der Junge. Aber ich glaube, das kann dann auch nach hinten werfen, oder? Ich bin grad Vorletzter auf jeden Fall. Was ist denn Farbschlacht? Keine Ahnung. Ich denke mal so einfärben oder so, ne? Sprüge so viele... Alter, das ist wie Splatoon. Gut, dass wir das gerade aufgenommen haben. Wie mache ich das denn? Ah, mit Rechtsblick. Alter, ich bin die geile Holzvertefelung, ey. Richtig nice. Alter, ich bin voll kacke in dem Spiel. Gibt's hier auch... Ich auch. Ah, da bist du... Hallo. Da gibt's wohl auch irgendwie Items oder so, ne? Ja, kann gut sein. Kann gut sein. What the fuck? Alter, man muss eigentlich nur die richtigen treffen. Weil dann färbt man ja quasi die Sachen von dem anderen wieder ein. Alter, ich bin richtig scheiße in dem Spiel. Ah, das ist doch so random. Ich hab noch kein einziges Item gesehen. Da war eins. Du hast es aufgesammelt, du Sack. Jo. Was hat denn dir das gebracht? Hm, ich weiß nicht. Ich hatte so eine Granate geschmissen. Da kann man was bringen. Hm, okay. Neuer persönlicher Rekord. Richtig traurig. So, jetzt würfeln wir eine 6. Pass auf, Leute. Jetzt kommen sie. Warte, ich hole aus. Sack! Eine 2. Ich hab bis jetzt noch 1 und 2 eingewürfelt. Das ist echt traurig. Ja, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ja, Würfelglück gehört natürlich auch dazu, ne? Das ist eine Tugend. Die gibt es einfach hier. Oh, ich bin tatsächlich Dritter. Also insgesamt als Platzierer. Ich bin zwölf, da ist auch das Letzte, ne? Wule Blocko. Äh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten wir spielen. Oh nein, das ist das. Ich drück mal F5. Das sieht irgendwie sicher aus. Ah Gott. Das ist hier wieder Anspannung pur. Welche Farbe? Bist du raus? Nee, hab ich nicht. Aber ich hab grad geguckt, welche Farbe. Da bist du. Wo ist denn so ein Blau? Da. Oh Gott. Alter, war das knapp. Können wir fast direkt stehen bleiben hier. Ich bin direkt hinter dir. Gabe! Nein! Oh, fuck, hab ich nicht bekommen. Scheiße. Mann, ey. Wahrscheinlich war hinter mir irgendwo eins. Da ist ne Plattform. Meine. Kann ich nicht aufsammeln. Wir sind echt scheiße in dem Spiel. Ja gut, ist halt erste Runde. Ich hab vorher noch nie sowas gespielt. Ja, ich bin 6er. Ja, Ditto. Ich auch. Weil wir gleicher Platz waren. Weil wir gleichzeitig ausgeschieden sind. So, pass auf. Jetzt würfeln wir ne 6, Leute. Komm, wir würfeln auf 3. 3, 2, 1. Ich hab schon gewürfelt, hab auf 5. Ne 6. Bum, hättest mal mit mir gewürfelt. Ja, scheiße. Alter, ich hab ja wieder Würfelglück des Todes, ey. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Bei mir möchte es einfach nicht. Ja, läuft einfach nicht heute mit dem Gluck. Deswegen gespielt. Och nein, das ist dies mit diesen Gleitern, glaube ich. Wie funktioniert das denn? Keine Ahnung. Also, ich weiß, dass man irgendwas doppelt drücken muss, damit man die überhaupt aktiviert. Aber, was? Ich glaub, Leertaste, ne? Denk ich mal. Ich mach das jetzt. Wir sehen das jetzt. Leertaste klingt hier. Alter, ich bin voll vorbei. Wie kann man sich zurücksetzen? So. Ich bin schon runtergefallen. Hä, warum kann ich nicht laufen? Warum komm ich da nicht hoch? Was ist das für ein Bullshit? Okay, ich bin direkt runtergesprungen. Hallo, zum nächsten Checkpoint. Ich hab keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich auch nicht. Wie komm ich denn da oben hoch? Ich bin wieder gegen geflogen. Wie komm ich denn da oben hoch? Ich bin so schlecht. Nein. Nein, was tut ihr denn? Alter, ich hab... Das ist eine richtige Beleidigung für meine... Intelligenz, was ist das für ein Bullshit-Spiel? Hä, wie soll man denn da wieder hochkommen? Ich komm mal bis zum vierten. Oh ja. Dann fall ich einfach raus. Ich hab grad den zweiten geschafft. Wie den zweiten? Ja, den zweiten Sprung. Den zweiten Ring. Was? Ich bleib mal nur... Komm jetzt durch hier. Ja, ja, komm. Nein. Wie kannst du denn erster sein? Sind die anderen genauso scheiße? Du warst kurz bei mir erster. Sie sind wohl alle genauso scheiße. Das ist ja gut für uns. Das ist auch mega schwer. Wie soll man das denn hier machen? Hilfe! Wenn ihr... Komm. Nein! Du hast den Ring verfehlt. Ja, hab ich gemerkt. Hoch da. Runter. Ja. Ich hab den ersten Checkpoint. Glaube ich nicht. Lüge. Oh Gott, der ist ja links. Ich bin voll kacke im Spiel. Oh oh. Komm schon. Nein! Ich bin an der Checkpoint-Plattform abgeprallt. Du bist, glaube ich, der Einzige, der den ersten Checkpoint hat. Das Spiel ist doch voll mit Schiss, ey. Das ist viel zu schwer. Minecraft bringt uns an die Grenzen. Das ist also skilltechnisch, das ist schon... Da brauchst du aber H1Z1 oder PUBG oder so gar nicht erst spielen. Das ist ja... Alter, ich hab hier den Flow. Warum ist jetzt einer so weit vorne? Ich hab mich grad so gefreut, dass die Erste... Nein! Ich hab nen Checkpoint geschafft. Ja. Ja, ich auch. Aber das war's auch. Oh, ich bin Dritter. Ja, aber du bist auch als Dritter angezeigt. Bei mir stehen gar keine Erster leer, Zweiter leer, Dritter leer in der Anzeige. Ich war Dritter. Ja, aber... ...in der Anzeige zum nochmal würfeln. Nö, dafür nicht. Nee, weil keiner ins Ziel gekommen ist. Aber das ist kacke. Eigentlich müssten die Leute, die beim weitesten vorne waren. Aber ich war Vierter, deswegen find ich das gar nicht schlecht. Sonst hätt ich mich wahrscheinlich aufgeregt. Alter, so ein Scheißspiel, ey. Hat keiner hinbekommen. Oh, Reise nach Jerusalem. Reise nach Jerusalem. Gott sei Dank spielen wir Reise nach Jerusalem. Machen wir da die Musik an, dann hört man die, glaub ich, oder? Hast du die Notenblocker an? Die Notenblocker hab ich an. Ich hab nur die normale Minecraft-Musik nicht an, damit ich da was Schönes hinterlegen kann. Falls ihr da nichts hört... Sorry. Was ist das denn für ein Lied? Keine Ahnung, kenn ich nicht. Hat nie bei mir gespielt. Wie lange dauert das denn? Oh Gott. Ja. Ich bin ja auch drin. Erste Runde überlebt. Sehr schön. Ich wusste nicht mehr, ob man Rechts- oder Links-Klick machen muss, um das Minecraft-Sicht zu setzen. Ich hab einfach beides gespammt, so. Das seh ich auch nicht. Doch, das sagt... Ja, doch, ja, das ist der Gangnam-Style. Ja. Opa Gangnam-Style. Oh Gott. Die sind ja vorher komplett anderen Seite als... Oh Gott sei Dank. Und... Das war mal Lucky, hallo. Wieso ist da keiner hingelaufen? Keine Ahnung. Oh Mann ey. Ich hab eins. Ich auch. Alter, nice. Wir sind unter den letzten Vieren. Boah, wir sind voll gut in diesem Eindruck. Alter, das ist ja wohl sowas für Lowbo. Wir sind sogar unter den letzten Dreien. Waren das nicht eben gerade noch vier? Ja, da ist einer gelieft durch. Nice. Alter, ist das nicht die Zelda-Mucke? Ja. Pfff. Nein. Nein, du Penner. Oh, nein. Egal, Dritter. Dritter. Du hast mich so betrayed. Mann. Tonight's a baby. Tonight, yeah, baby. Tonight. Hinter dir. Lauf. Na, ja. Alter. Der war viel näher dran. Ja, nice. Tunic, easy. Ja, easy win, ne? Viel zu einfach das Spiel für uns. Ja, also, da müssen sie schon was Härteres wollen. Wir werden gleich im nächsten Spiel sowas von auseinander. Ach, wieder ein Eins. Ne sechs. Ne sechs. Ne sechs und ne drei. Ne ne neun, Freunde. Das ist mir schön, auf welchem Feld bist du denn? Feld 21. Ja, da bin ich ja nur 17 Felder vor dir. Das ist so lachhaft. Ich habe halt eigentlich nur eins und zwei gewonnen. Oh, Gune Game. Gune Game? Gune Game. Gune Game. Gunes. Ist das dieses, wo man so seine Waffen aufleveln muss, wie bei Counter Strike? Äh, wie heißt das? Bei Call of Duty. Ich habe gar keine Waffe. Ich snack ab. Ich habe abgesnackt. Ich bin eine Waffe weiter. Und der ist der mir her? Ja, ich habe ein Diamantschwert. Ich habe euch beide abgesnackt. Ich habe einen Bogen. Ah, verpisst dich. Verpisst dich. Verpisst dich. Verpisst euch. Ich komme. Kann ich euch mal einen von euch töten, damit ich wenigstens auf die nächste... Fickt euch. Mann, ey. Ich habe alle getroffen, aber keinen getötet. Mann. Wo ist denn hier einer? Da hinten ist einer. Ey, wo bin ich denn hier gespawnt? Ja. Wow. Nice. Die Map ist einfach viel zu groß. Ich sehe überhaupt gar keinen. Hallo. Ich habe den Bogen. Ich würde gerne irgendwen töten. Hä? Hier ist gar keiner. Willst du mich verarschen? Hier ist überhaupt keiner. Ich bin irgendwo in so einem Hochhaus und finde hier nicht mehr raus. Das ist natürlich ärgerlich. Komm, fick dich. Geh weg. Geh weg. Ich bin... Ich bin jetzt gleich bei der ersten Waffe. Ich habe gerade eben zwei Leute gekillt, aber die haben sich wohl irgendwie gegenseitig gekillt und da habe ich gar nichts dafür bekommen. Da ist ein letzter und dann abgeschnaubt. Ja, super. Oh, ich bin vierter. Das ist ja so eine Frechheit. Oh Mann. Nur weil ich eine Waffe verkackt habe. Bullshit. Eine vier geht ja einigermaßen. Ich glaube, das ist eh gleich zu Ende. Ja. Ich weiß gar nicht, welcher Platz ich bin. Mal das nicht irgendwie nachgucken. Ich bin erster. Wie, du bist erster? Ich bin erster. Würfellacker des Todes. Alter. Nice. Alter. Okay, das... Da leuchtet was. Gold. Okay, das ist ja meine Parade. Das ist wie den Bogen. Oh, ich hatte den Bogen nicht ausgewählt. Warum treffe ich euch nicht? Hier kommt doch überhaupt nichts. Ich habe noch nicht eingetroffen. Ich bin voll Kacke in dem Spiel. Alter, das ist ja noch schlechter als Elytra. Ich habe einen getroffen! Hast du schon was getroffen? Ja, ein paar Sachen habe ich schon getroffen. Da kommt wieder der Shooterkönig in der raus. Fuck. Das ist so... So Sachen mag ich überhaupt nichts. Ich will das da oben haben. Das bleibt irgendwie manchmal stehen. Oder ist das nur bei mir. Nee, bei mir leckt es auch. Das Deck zum Teil so hat, dass man überhaupt nicht mehr aimen kann. What the fuck? Oh, nice. Ein Punkt. Persönlicher Rekord. Du bist dritter. Ich bin sechster. Okay. Das ist okay. Das ist okay. Ich bin der Erste. Das kann gar nicht sein. Ich brauche nur noch vier Felder zum Ziel. Wenn ich das gewinne... First Trial, ne? First Trial, first come, first serve. Oder wie das... Jetzt bin ich nur noch Zweiter. Na, fuck. Larry ist vor mir. So ein mieser Larry. Oh, Freefall. Das habe ich... Ich habe früher immer gerne The Dropper gespielt. Kennst du das, ne? The Dropper? Diese Minecraft-Map, wo man sich einfach runterfallen lässt. Du hast nie The Dropper gespielt? Alter. 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 Warte, wir müssen mal irgendwo rumgehen. Habe ich mal gelesen. Hast du mal gelesen? Der ist wieder vollkommen vorbereitet. Ach, wir haben das doch spontan gespielt. Wie soll ich mich denn da vorreiten? Ja, gelesen. Wer liest denn Sachen? Hä, was muss ich jetzt machen? Ach, hierhin. Ich komme hier nicht runter. Boah, bin ich gut, ey. Ach so Bullshit. Zweite... Zweite... Wo muss ich hin? Da unten. Scheiße. Nein! Bist du schon das Ziel? Naja, fast. Letzte Stage, oder was? Ja, die ganze Zeit schon, aber ich kriege es nicht hin. Wo muss man denn hier hin? Ins Wasser. Ja, danke schön. Fuck my life! Nein! Fuck, da ist noch ein so Ding. Ja, gleich habe ich echt die Nase voll von. Scheiße. Das war eigentlich so einfach und ich habe die ganze Zeit so einen Mist gemacht. Warum bin ich denn nicht? Ich bin doch auch in der gleichen Challenge wie ihr. Ja, aber du bist nicht durch. Ach so, ihr seid durch, okay, dann. Ja, natürlich. Okay, ich bin durch. Ich bin durch. Geben. Ja, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Gerne Like da lassen, wie gesagt, kommentieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, schön mit Ö. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020